Willkommen zurück zu Just Cause 4. Wir widmen uns heute wieder einer Quest Langfinger in Malaga. Ich konnte doch da schnell abwürfen. Nein, konnte ich nicht jetzt irgendwie schnell reißen? Das hat doch funktioniert. Okay, egal. Was ist hier? Ist zwar ein Zeichen da, aber es zeigt mir nichts an. Gut. Wir werden uns dorthin begeben. Ich hätte gerne wieder ein Fahrzeug. Ah, aber ein Fahrzeug kann ich mir liefern lassen. Am besten einen Hubschrauber. Einen Hubschrauber kann ich mir liefern lassen. Schnellabwürg. So, hier hin. Rico, du bist bei Puerto Malaga. Benannt nach dem Hafen, von dem aus die Familie Espinosa Spanien verließ und nach Solis kam. Okay. Außerdem verwahrt die schwarze Hand dort die Blaupausen ihrer Kriegsschiffe. Ah, das klingt doch mehr nach meinem Ding. Gut, dann auf dorthin. Gut, dann auf dorthin. Gut, dann auf dorthin. Ah, noch weiter vorne. Das wird vorne beim Hafen sein. Bodenluftraketensystem ist online. Sargento, ich bin bei Puerto Malaga. Als erstes müssen wir uns die Blaupausen für das Kriegsschiff PA-31 beschaffen. Dann kann die Armee die Fabrik übernehmen. Und wo sind die Blaupausen? Die Pläne für das Kriegsschiff befinden sich auf einer Konsole am nördlichen Ende der Basis. Vermutlich. Ich markiere sie dir. Vermutlich? Vielleicht sind sie auch nicht da und wir müssen zu Plan B übergehen. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Das hat wehgetan. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einnahmen. Zielangreifen. Wow. Fertigungsmügel. Oh, kommt mir in. Die Konsole ist tot. Ich muss die Stromversorgung wiederherstellen. Ist das immer noch Plan A? Ja, ist es. Puh! Wer schießt denn da noch? Da! Was ist das? Fass noch hier! Buh! 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 Halt! gar nichts machst du also das ist wieder sein schalter den ich aufmachen muss sie du bist dran Aha, okay, ich muss das aufbremsen. Ah, nochmal starten, gut. Oh, keine Waffe mehr. Äh, Munition, dann wechsle ich mal. Die Hälfte habe ich, aber hier sind Unmengen an Daten, persönliche E-Mails, Browserverläufe, aber noch keine Blaupausen. Verdammt! So, von mir schießen die alle. Ja, komm, komm, steh auf. Ich muss... Okay. 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 Ich muss jetzt einen Tag hole. Okay, jetzt werde ich auch drehen. Ich glaube, ich muss näherkriegen. Ich glaube sie ist nur noch nicht ein. Feindkontakt verstanden, Teureiner, eigene Mämmen! Bisschen... Solche dummen Drohnen wieder. So... Der Rubschauer hat sich mal von selbst zerstört. Das ist eine dumme Waffe. Dann mal los, du Depp! Bisschen... Ich kann euch gehen. Bisschen... Ich hoffe, dass die besser ist. Irgendwer zieht mich hier noch. Ich hoffe, dass die besser ist. 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 Plan B. Die schlechte Nachricht ist, dass du tiefer in die Basis musst. Und die gute Nachricht? Du darfst eins ihrer Kriegsschiffe fahren. Eins der Schiffe liegt an einem unterirdischen Dock vor Anker. Ich markiere dir den Eingang. Und das Ding hält hier einiges aus. Und das ist der Schiffe. 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 An alle Einheiten. An alle Einheiten. Position halten. An alle Einheiten. An alle Einheiten. An alle Einheiten. Sende gesichtet! Bereithalten! Munition! So, bitte gehen wir raus. Den... den hier brauchen wir nicht. Da haben wir noch eine Satelliten. Brauchen wir nicht. Ich muss das überprüfen. Fall den Spögel! Eröffne Feuer! Ich bin ein Spögel. Ich muss das überprüfen. 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 Na, ist er verschwunden? Ich muss das überprüfen. Alles nicht. Ja. Ja. er macht noch ein wenig blödchen ich dachte es wird explodiert das bringt herzlich wenig hei Verdammt! Zeit gesichtet! Wieder Granat wie auf Smart Rifle Scharfschützengewehr. Brauchen wir nicht. Verdammt! Wir müssen den Gegner finden. Wer schießt da? Das war knapp. Ich muss... Ich muss... Ich muss die Schmerzen aufhören. 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 Wie zerstrich sich die Schmerzen aufhören? Ah, okay. Gut. dann ist das der wenigstens mal wieder weg hat nur wieder waffen fliegen wir noch hinüber okay aber nicht so und auch nicht so hat es ist okay das hat auch nichts mit letztens so machen wir es so gut aber wir machen erst im nächsten part weiter ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal